Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Sackboy Big Adventure. Wir gehen rein in das Fabrikrennen, dieses Mal mit einem neuen Outfit und zwar mit Clank. Von Ratchet & Clank ist jetzt rausgekommen, auch kostenlos, da alle die dieses Spiel haben im Playstation Store. Ist ja jetzt rausgekommen, weil das neue Ratchet & Clank Spiel auf der Playstation 5 erschienen ist. Ich weiß gar nicht, gibt es das auch für Playstation 4, ich bin mir unsicher. Aber dafür haben wir auf jeden Fall ein Clank-Outfit bekommen. Okay, der Umweg lohnt sich nicht. Zwei Sekunden rausgeholt. Oh, da wäre eine goldene Uhr gewesen da drüben. Die gibt, glaube ich, fünf Sekunden. Da ist noch eine. Ja. Und Sieg! Mit einer Gesamtzeit von 15 Sekunden. 15,46. Das ist jetzt natürlich ein sehr kurzes Video. Wir können es aber nochmal versuchen, um vielleicht auf diese 10 Sekunden zu kommen. Machen wir einfach ein paar mehr Versuche im Fabrikrennen. 10 Sekunden wird aber schon sehr schwer. Oh nein, ich habe die Uhr verpasst. Ich glaube, für diese Bestzeiten muss man wirklich gefühlt alle Uhren einsammeln und perfekt auf der Ideallinie laufen. Okay, ich bin sogar gestorben dabei. Das ist verhältnismäßig sehr blöd. Okay, zwei Sekunden gut gemacht. Zwei Sekunden, zwei Sekunden. Ah, die eine Uhr übersehen, macht nichts. Gibt Schlimmeres. Vielleicht sind es aber auch genau diese zwei Sekunden, die uns jetzt fehlen werden. Sieben, sieben, unter zehn Sekunden. Geil! Gibt direkt Gold. Weiß aber gar nicht, ob ich Gold schon hatte. Ich habe es ja jetzt in den letzten zwei, drei Videos auch schon gesagt. Es sind ja ein paar Aufnahmen kaputt gegangen, weshalb ich ein paar Level wiederholen muss. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Gold gemacht. Auch mal fürs Video. Mit dem guten Clank. Sehr schön. Haben wir das also auch abgeschlossen? Aha. Und damit das Video nicht ganz so kurz wird, kriegen wir sogar noch eine Wunderlampe dazu. Achso, man muss sie hauen. Ich erinnere mich, ich wollte gerade sagen, man kann eigentlich nicht mit Dreieck in das Level rein. Aber ich muss die Wunderlampe schlagen. Und dann können wir uns vielleicht gleich nochmal ein neues Outfit kaufen. Weil dann sollten wir genügend Chellen dafür haben. Och, ist das ein ekelhaftes Level. Ich bin Somsom, nicht vergessen. Ich glaube an dich, mein Lieber. Die Zeit ist fast um. Oh, du meine Güte. Die Zeit ist um. Ja, merke ich. Ja, und wirklich viel habe ich, glaube ich, nicht geholt. Aber ausreichend für ein neues Justy. Das auf jeden Fall. 124? Sicher? So viel war das? Besser als ich erwartet habe. Nehmen wir die hier nochmal mit. Damit haben wir jetzt gut über 1000 Stück. 1125. Dann können wir uns jetzt nochmal ein neues Outfit holen. Hier bei Somsoms. Da sind nämlich noch ein paar über. Da haben wir den Festival-Dämon. Die Raupe. Wikinger. Und Aqua. Aqua sogar für 1100. Das wäre natürlich eine Idee, die jetzt zu holen. Ich weiß nicht, ob es jetzt demnächst in eine Wasserwelt geht. Aber da könnte natürlich Aqua einen sehr guten Eindruck machen. Würde ich tatsächlich sagen, nehmen wir Aqua. Weil die hier finde ich jetzt gar nicht so gut. Der Wikinger schockt zwar, aber den kriegen wir für 650. Das ist jetzt nicht ganz so schwer zu erreichen. Dann würde ich sagen, holen wir uns Aqua und dann hat sich das erledigt. Zack. Aber bevor wir mit Aqua spielen, habe ich in den nächsten Parts noch ein paar Special Guests eingeladen. Denn in den nächsten Parts machen wir auch nicht hier weiter. Was da kommt, das sehen wir uns später an. Erstmal geht es jetzt nach hier oben. Da hüpfen wir das nächste Mal rein. Gucken, was da gewesen ist. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Oder vielleicht auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.